Schau mal, Volker, Salatbonbons. Bitte? Hier, Rucola. Das ist nicht Rucola, das ist Ricola. Und wer hat's erfunden? Wir Deutsche haben's erfunden. Darf ich eins haben? Ich werde die Tasche mit meinem eigenen Leben verteidigen, vorausgesetzt du willst mir ein Ricola. Das ist wegen dem Stimmenband und... Was ist das für ein Geschmack? Was schmeckst du vor? Zitronenmüll ist ja vereckelhaft. Warum müssen die immer die Geschmacksrichtungen ändern? Kräuter war super zu Grund... Äh, 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 äh. Oh, hat's das auch noch in Dreck gefallen? Nein, so gut, ich hab ja nicht... Warte, ich mach's noch mal so. Schmeckt immer noch nicht besser, muss man probieren. Schmeckt nach Fremdspeichel? Ist also nicht unser Fall. Es ist das, an dem die anderen kleben. Es ist das, an dem die anderen kleben.